Hey Mann, was ist los mit dir? Jungs, Gott verdammt! Keine Eier! Geht jetzt einen dahin? Oder was ist los? Müssen sie selber gehen? Hey Silly, mach mir keinen Joghurt. Ich geh schon ein. Was bist du jetzt für eins? Der Martin. Als Member Plus von Reifeisen kannst du so verdammt viel, dass du auf einmal einfach das Gefühl hast du alles. Also, mach's wie der Martin!